Hans H. Steinberg ist ein deutscher Film- und Fernsehschauspieler. Leben Steinberg absolvierte eine Schauspielausbildung im West Coast Actors Studio in Vancouver. Im Jahr 1993 spielte Steinberg in der Serie Der Fahnder mit und war ab dieser Zeit in Serien wie zum Beispiel Ein starkes Team, Marienhof, Die Rosenheim-Cops, Soko 5113 und Sturm der Liebe zu sehen, sowie in Filmen für TV und Kino. Im Film Der Untergang übernahm er die kurze Rolle des Generals Karl Koller. Steinberg ist auch als Theaterschauspieler tätig. In der Spielzeit 2009-2010 spielte er in Schillers Drama Die Räuber die Rolle des Maximilian von Moor. Davor arbeitete er von 1983 bis 1987 im Tick-Theater in München und ging dann mit diversen Stücken auf Tournee. Außerdem spielte er in den Jahren 1993 und 1994 sowie 1998 bei der Karl May Spielen in Bad Segeberg mit. Im Sommer 2014 wirkte Hans H. Steinberg bei den Störte-Bäcker-Festspielen in Ralswig auf der Insel Rügen mit.